Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Digi's Adventure. Wir sind aktuell in dem Event Tierklinik. Beim letzten Mal haben wir das dritte Level erfolgreich abgeschlossen, so dass wir uns jetzt dem vierten und letzten Level widmen können. So. Also müssen wir hier noch ein bisschen aufräumen und an gewissen Punkten hier noch Dinge erledigen. So, was sagt er? So, was sagt er? So, zack. So, die dritte Aufgabe. So, dann die Schere noch. So, jetzt werde ich das Band durchschneiden. So, die Bonus-Location gucken wir uns gleich an. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir hier das Level vollständig säubern. So, gucken wir uns hier auch mal das an. So, jetzt müssen wir theoretisch noch auf 4.350 Punkte kommen. So, damit haben wir das 4. Level des Events Tierklinik abgeschlossen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, wenn ihr keine weiteren Videos von mir, dem Retro Gamer, verpassen wollt. Und ich verabschiede mich dann wieder für dieses Mal. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.